So Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde heute Grimmace und den Grimmace Shake in einer verlassenen alten McDonald's Fabrik suchen. Ihr seht hier, ich bin tatsächlich schon an dem Standort angekommen. Hier in meiner Hand halte ich auch etwas, was sehr interessant ist. Das werden wir uns gleich gemeinsam angucken. Dieses Gelände ist tatsächlich schon seit längerer Zeit verlassen. Und hier hinter mir war eine Kartoffelfabrik, die die Pommes zubereitet hat für McDonald's und auch noch einige andere Anlieferungen für den Großkonzern gemacht hat. Und wie ihr es hier in meiner Hand seht, ich habe tatsächlich heute Morgen vor meiner Haustür diese Tüte aufgefunden. Und ich zeige euch einfach mal direkt, was dort drauf steht. Auf dieser Tüte steht, finde mich, eine Location, sonst RIP und Grimmace. Und in dieser Tüte war tatsächlich fast nichts, außer diesen lilanen Blumen, die ihr hier seht. Und eine weitere Sache war hier mit drin, und zwar dieses lilane Kaugummi. Und ich habe das ganz bewusst jetzt noch nicht gegessen, weil ihr wisst ja, Grimmace ist lila. Ich dachte mir einfach mal, ich warte, bis ich diese Location hier besuche. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was passiert, wenn wir jetzt hier Grimmace finden, beziehungsweise was wir von ihm hier finden werden. Was ihr auf jeden Fall schon mal sehen könnt, ist, dass sich hier an diesem Gebäude tatsächlich so ein komplett gruseliger Wohnwagen befindet, der schon seit längerer Zeit verlassen ist. Ihr seht hier, das sieht, ja, nicht mehr wirklich schön aus. Wenn man diesen Grimmace-Shake tatsächlich trinkt, dann passiert mit einem komplett schlimme Sachen. Deswegen ist dieser Shake auch in Deutschland aktuell noch verboten. Nur in Amerika kann man den momentan trinken. Alter, zieht euch das mal rein, Digga. Diese Matratze da vorne ist total verschimmelt. Und Freunde, ich würde sagen, mit meinem Kopf jetzt hier halb in diesem gammligen Wohnwagen auf euch. Alter, es sieht auf einmal ganz anders aus. Hä? Warum ist es so dunkel geworden? Es war gerade noch voll hell. Die Sonne ist auch noch da. Alter. Okay, boah, was auch immer das für ein Kaugummi ist, das esse ich lieber nicht weiter. Okay, also da vorne ist das Wohnmobil. Hier hinten ist auch irgendwie noch sowas. Ihr müsst wissen, ich bin auch komplett alleine. Das ist keine andere Person diesmal mit mir mit, weil die sich alle nicht getraut haben. Okay. Also hier vorne geht es lang. Hier ist irgendwie so ein Gang, hier geht es nach draußen. Aber ich frage mich halt echt, was ist das hier? So Kartoffelreste oder so? Seht ihr das? Da vorne, dieses gelbe Zeug? Hä? Digga. Also, hier ist noch so ein Kaugummi. Also ich bin euch ehrlich, mir geht es nicht ganz so gut. Ich habe so ein bisschen, also mein Bauch grummelt so, seit es so alles so anders aussieht. Aber warum liegt hier noch so ein Kaugummi? Warte mal. Wir nehmen das mal mit. Ah, hier ist aber der Wohnwagen. Und Digga, hier unten. Hä? Jetzt könnt ihr es erkennen. Hier ist noch ein Kaugummi. Da sollen wir diese... Ich glaube, wir müssen den Kaugummis folgen, oder was meint ihr? Ich nehme auch das Kaugummi mal wieder mit und stecke sie in meine Tasche rein. Da, ich habe echt ein bisschen Angst, ja. Was ist das hier? Was will Grimmis von mir? Ich glaube, wir müssen hier weitergehen, oder? Was meint ihr? Hat das gerade Grimmis gesagt? Hallo? Wieder weg. Ey, hier ist noch ein Kaugummi. Also ich hoffe nicht, dass ich diese ganzen Kaugummis am Ende essen muss. Wir gehen weiter. Das ist jetzt schon das vierte Kaugummi, das ich gefunden habe. Wieso soll ich die ganzen Kaugummis suchen? Was heißt das? Was ist das da? Alter, warum ist da so random so ein Tisch? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich glaube, das muss meinen Kater verpixeln. Da ist ein total lila da drin. Diesen lilanen Schleim da drin gesehen. Okay, ich kann hier nicht so lange bleiben. Ich nehme jetzt dieses Kaugummi hier mit. Das ist das vierte Kaugummi. Hat das gehört? Das ist Knacken. Okay, das ist das nächste Kaugummi. Seht ihr das? Kaugummi Nummer 6 mit dem, was ich gegessen habe. Kaugummi Nummer 6 mit dem, was ich gegessen habe. Da war mal am Fenster. Da war gerade jemand. Habt ihr noch diesen lilanen Schein da gesehen? Der hat so richtig rausgeschieden. Oh Bruder, hier ist das nächste direkt. Ne, die das? Was klebt da dran? Alter. Da vorne geht's rein. Alter, von dort kommt so eine richtig kalte Luft. Ich hab das Kaugummi jetzt mal ein bisschen abgekratzt. Dass dieser komische Schleim da weg ist. Ich hab das gehört, da hat jemand meinen Namen gesagt. Alter, könnt ihr es erkennen? Da geht's weiter, da geht's. Hier geht's weiter. Ich zeig euch das zuerst. Nicht öffnen. Krimis, Shake, RIP. Drei, zwei, eins. Bruder, was ist das? Und was soll ich jetzt damit machen? Hat er es gehört? Hat er gerade probieren gesagt? Wie soll ich das denn trinken oder essen? Reicht das? Ich hab gesagt, ich soll noch ein Kaugummi essen. Das ist Kaugummi Nummer 8. Alter, was ist gerade passiert? Was ist alles gerade so verschwommen? Ich sehe fast gar nichts mehr. Geht das wieder weg? Ich soll noch einen Schluck Trinken. Okay, ich sehe wieder normal. Meine Finger fangen schon an Ila zu werden. Seht ihr das? Grimace, soll ich weiter? Die Skirt hat gesagt, ich soll den Grimace-Shake finden. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ein Liederner Anzünder? Was ist das? Was haben diese zwei Sachen zu bedeuten? Dieses komische Liederding und der Anzünder? Ist das hier das Haus von Grimace? Ich dachte, er wohnt draußen. Hier sind keine Liederhinweise mehr, oder? Ich muss wieder nach unten. Ich glaube, ich bin falsch. Ich habe Angst, Bruder. Da hinten kam so ein ekliger Gestank her. Ich muss nach unten. Ich muss nach unten. Wir müssen da hinten lang. Wir müssen ganz klar da hinten lang. Wir müssen der Fabrik folgen, der Fabrik. Seht ihr das da hinten? Dort ist auch wieder so ein lila Schein. Seht ihr den? Okay. Ich habe mich erst mal vorne umgeguckt, aber auch nichts. Hier ist dieser Liederschein aber weg. Seht ihr das? Der war hier gerade eben doch noch. Das Stacheldraht. Ach, hier ist der andere Eingang. Vielleicht ist das ein Eingang, den Grimace immer benutzt. Okay, aber ich sehe hier keinen Hinweis mehr. Was hat er gerade gesagt? Geh nochmal nach oben. Warum hat der denn oben nicht geantwortet? Was sollte das? Grimace, bin ich jetzt richtig? Alter, seht ihr das da hinten? Da leuchtet jetzt wieder so lila raus. Hat sie das gehört? Ich gehe weiter. Und das da hinten? Das hat keine Zimmernummer. Was? Stopp. Zimmernummer 1? Was? Ich habe mich noch gar nicht gesehen. Ist das die Zimmernummer 1? Nein! Zimmernummer 1. Grimace, muss ich es trinken? Ich leucht euch das mal hin. Grimace. Grimace. Für Kevin. Eins, zwei, drei. Ja... Ja... Ja...